Jeder hat natürlich die Freiheit, sich zu entscheiden, und wir wollen das auch nicht anders. Wenn sich aber jemand für Nachlässigkeit entscheidet, betrifft das nicht nur ihn selbst, sondern auch künftige Generationen. Wenn sich Eltern auch nur ansatzweise fragwürdig verhalten, kann das zur Folge haben, dass ihre Kinder weit vom Kurs abkommen. Frühere Generationen einer Familie mögen voller Hingabe gewesen sein, während sich in der jetzigen Generation bereits einige unschlüssig sind. Leider könnten sich in der nächsten Generation bereits einige abwenden, wenn die Erosion ihren Tribut fordert.